Rebecca Mier ist bekannt für ihre lustige und lockere Art. Immer wieder postet die 27-Jährige private Schnappschüsse auf ihrem Instagram-Profil und begeistert ihre Fans mit tollen Outfits und ihrer natürlichen Ausstrahlung. Nur eine Sache bleibt immer gleich. Die atemberaubende, dunkelbraune Wallemähne der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin. Doch auf ihrem neuesten Foto überrascht die Tuff-Moderatorin mit einem völlig neuen Look. Rebecca postet ein Spiegel-Selfie aus ihrer Garderobe auf Instagram und darauf hätten wir sie beinahe nicht erkannt. In einem schwarzen Morgenmantel posiert die 27-Jährige mit einer Schere in der Hand vor dem Spiegel. Doch alle achten nur auf ein Detail. Das Model trägt jetzt einen Pony und der steht ihr einfach fantastisch. Auch die Fans lieben den neuen Look der Fernsehmoderatorin. Wow, das steht ihr super. Deine Frisur ist der Hammer, wirklich schön. Und manche Frauen können einfach alles tragen, sind nur einige der vielen begeisterten Reaktionen. Wir sind gespannt, ob diese Veränderung jetzt von Dauer ist.